Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem YouTube-Kanal. So, ich habe mich jetzt ja so gute zwei Wochen nicht hören oder sehen lassen, beziehungsweise mich bei euch gemeldet. Das hat den ganz einfachen Grund, dass es mir einfach zu heiß war und ich keinen Bock hatte. Und ja, die Musik, die heute kommt, ist eine sehr geile Nummer. Ich hatte das letztes Mal schon angekündigt. Das ist die Haus-Version von dem Titel, den ich letztes Mal hochgeladen habe, den ich fälschlicherweise Find the Love of Your Life genannt habe, was nicht stimmt. Das wird zwar an der Titelzeile so gesungen, die Nummer heißt aber Telegraph Part One. Wobei ich dazu auch sagen muss, dass es einen Part Two nie gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz, sie heißt so. Und ja, wie gesagt, letztes Mal habe ich das Original hochgeladen, in diesem Fall die Haus-Version. Und sehr, sehr geil, sehr zu empfehlen. Wie gesagt, weil es so heiß ist und ich nicht so die allergrößte Lust habe, habe ich das nur hinterlegt, also mit Bildern hinterlegt, die ja so ein bisschen... Das sind ein paar alte Vinyls, die wir rausgebracht haben. Unter anderem die englische Version von Automatic Love und so. So wie sie in England dann erschienen ist und so weiter. Also einfach nur drei, vier, fünf Fotos, weiß ich nicht, habe ich von der Wand abfotografiert, wo ja, die Vinyls drauf sind. Also nicht, dass ihr denkt, puh, Langeweile pur. Die Musik ist aber dafür umso galer, echt empfehlenswert. Einfach reinhören und ja, beim nächsten Mal lasse ich mich dann wieder über die Geschichten dieser Welt aus. Schauen wir mal, was dann da kommt. Aber wie gesagt, heute, jetzt und hier, gleich wird sie hochgeladen. Die Telegraph Part One in der Haus-Version. Viel Spaß dabei, viel Spaß beim Hören. Bis bald. Tschüss. Tschüss. joy